Ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Vorführung des heutigen Tages hier auf dem Außengelände der RAG Militärmodellbau. Maßstab 1 zu 16 haben irgendwo ein Gewicht von bis zu zehn Kilogramm und die Fahrspannung für die Motoren ist irgendwo bei 12 Volt. Bei den größeren Fahrzeugen nachher gehen wir hoch bis auf 24 Volt, weil die Leistung für den Antrieb nachher gehen wir hoch bis zu zehn Kilogramm und die Fahrzeugen nachher gehen. Hier wäre das Ziel vielleicht doch nicht so. 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 Manchmal hat man das Glück, an Originalfahrzeugen Maße abnehmen zu können, wie hier zum Beispiel im Museum oder bei moderneren Fahrzeugen oder Veranstaltungen der Bundeswehr. Ein Sonderfahrzeug der amerikanischen Streitkräfte. Das sieht zwar etwas exotisch aus, gab es aber wirklich so. Ein Einsatz... Das Ziel war es mit solchen Bergefahrzeugen auf Kettenbasis, dass man mit den Einsatzfahrzeugen... So, jetzt hat sich schon ein Fahrzeug in einen größeren Maßstab dazugesellt. Der Panzer Panther, ein Fahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Fahrzeug ist ein Maßstab 1 zu 10. Ein Hier Eine Der Einsatz ist ein Dingo, leichtes Transportfahrzeug. Genauso ist dazu gekommen jetzt ein zweiter Dingo, mit einer Kugel vorbei, in der Feldliga-Variante. Das heißt eine Panzerschnellbrücke. Wir versuchen natürlich die Funktion unserer Modelle in Originalen weitestmöglich anzupassen. Der Flakpanzer Gepard. Dieses Fahrzeug ist ein Fahrzeug aus der Leopard-Familie. Das heißt, es gab die Entwicklung eines Fahrwerks und auf diesem Fahrwerk wurden mehrere Varianten. Das ist da nicht verstehe, sondern das war es ... Es hat einfach nicht mehr Naturell bueno, denn da kommen jetzt hier ... Vielen Dank.